schwarzherz bucht danke schon wieder eine funkelchen mehr ja funkelchen geht immer kälter spawn ich würde ja eigentlich lieber xul auf der karte bannen aber ich bann mal samuro wenn die schon kälters bannen wollen die den bestimmt spielen bestimmt ein gsul soll ich gsul machen ja wenn du willst wär schon cool ich hab den zwar schon auf 20 aber ich hab auch funkelchen ja auch schon auf 13 gleich ja aber nicht auf 20 ja das geht doch bald eh weiter ja aber auf der map und first pick da ist gsul schon ich weiß mal wie es in der teamliga war wir haben gegen xul und sylvanas team verloren aber nicht auf der map doch auf der map da bin ich monatprozentig sicher ja alter der soll bloß nes nova nehmen mit tracer ja dann lass uns abbrechen ich glaube einmal am tag kann man ja abbrechen ich weiß nicht ich weiß nicht keine ahnung ich weiß nicht wie sich das verhält ich muss aufgehen wenn du willst musst du entscheiden also da hab ich keinen bock drauf ehrlich gesagt bitte hin 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Easy Game Denk dran, wir haben wieder zwei Mages, also wieder auf E würde ich machen Auf E-Skillen 40% weniger Schaden und dass es überspringt Du kannst zwei Leute mit Magie-Schild schützen Du kannst zwei Magie-Schild schützen Du kannst zwei Magie-Schild schützen Du kannst zwei Magie-Schild schützen Vielen Dank. Ja, wir haben eigentlich ein ganz gutes Team, müsste gehen. Hoffentlich schnallen die nur, dass ich oben alleine sauge. Das wird vielleicht sogar Spaß machen. Ja, ich gebe euch noch zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Zeigt keine Gnade. Da haben wir unsere Ideen ein bisschen gepennt, schade. Gegen die haben wir auch letzte Runde gespielt. Schallara und Murmilder. War es denn Wind oder ein Luz? Ich weiß gar nicht mehr. Er hat so ein Name gewonnen. Er hat so ein Name gewonnen. Er ist das Blutverdust. Uhuhuhuhu. Danke. Danke. Hilft unseres Verwendeten. Drückt eure Gubloden raus. Dann richte ich meine Brückenbeleicht auf eure Feinde. Als Schnellmann. Nein. Nein. Oh. Oh. Das war's für heute. 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 Das ist jetzt wahrscheinlich das russische Easy. Mhm. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was die Tracer bei mir macht. Das ist greedy Müll. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja, ja. Tja, Tracer ist reingehauen. Ja, und ihr wart nur zu dritt, ne? Dingens war ja noch tot. Ja, ja, aber wir waren erst, äh, drei gegen zwei. Und dann ist Tracer abgehauen und irgendeinem hinterher gechased, glaube ich. So, ihr denkt ihr könnt beide Ton öffnen, ihr Süßwassermatrosen? Kannst du mir helfen, sonst sterbe ich jetzt. Okay, passt schon. Brauchst nicht mehr kommen. Zeig diesen heutigen Landraten nicht die Rachen, Captain. Kannst den Moa denen oben helfen, das Ding zu holen. Ich geh direkt hin zum Payment. Na, ich brauch neun Sekunden, bis ich porten kann. Okay. Das reicht. Wir Malochen nicht umsonst. Ich wache. Wir sind dran, Jungs. Haha, jetzt kommt Leben in diese Buche. Geh auf dich wieder raus. Ich habe dich. Ich habe dich. Oh, was schade. Ich habe dich. Ich habe dich. Mitten holen. Mitte fast down, mitten holen. Zu spät, die releasen jetzt. Oh man, ey. Moradi muss bezahlen. Das haben wir richtig gut gemacht. Chromie AFK gegangen oder warum steht er da so? Ich wache. Er wartet darauf, dass er seine Kombo auf seine Sanduhr schießen kann, Mori. Ja. Wir haben alle gezahlt. Ha! Wen kümmerst du? Jetzt geht der Spaß los. Aber wir müssen erstmal pushen. Wir sind vorne. Ja. 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 Die passieren ganz gut im Parkcamp. Ja. Wir brauchen die Sechner dort als Stecker. Wir brauchen die Sechner dort als Stecker. Ja. 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 Erstmal Easycamp. Ja. 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 Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir bleiben gleich deren Hardcamp vielleicht. Wenn wir nicht hast. Aber zu einer anderen Situation. Jetzt sind wir ja gerade hier in der Runde. Ja. No Payment. Obwohl. Ne. Ne. Wir haben nur 6. Okay. Fighten. Wir sehen ja noch nicht 16. Und gesplittet. Zwei von den Deffen unten. Zwei rennen hier rum. Fight wär gut. Ich hab den Struck. Ich hab den Struck. Ich kann den Port nur abgefunden. Ja wir haben ihn doch schon. Kisten. Ich def oben. Das wäre gut wenn er stirbt. Nein ihr habt ein 4 gegen 4. Ich komm jetzt gerade runter. Die sind noch nicht 16. Perfekt. Gefängnis drauf. Guck mal. Oh. Gg. Cool. Oh. Hinten. Komm ihn. Soll er. Da geht's. Ich geh mal. Seit. Oh. oph. Wer wird nicht wieder aufstehen. Was denn noch mal? Ich geh mal. Oh. Die Heise beginnt. Die Heise beginnt. Die Heise beginnt. Aber Aurea hat nur 16 Jahre alt. Ja. MVP. Ja, läuft aber gut. Ja. Ah, G'sul halt, ne.